Mein Name ist Wolfgang Peterle, ich komme ursprünglich aus Wien, bin seit 2013 in der Klinik Hirslanden und bin hier seit 2016 als Teamleiter tätig. Unsere Geräte auf der Station sind alle sehr neu, also sie sind alle auf einem sehr guten Standard. Ich habe wahnsinnig guten Support bekommen von meinen Vorgesetzten, aber auch was für eine Weiterentwicklung betrifft. Ich bin gekommen und ich habe immer schon Reanimation gerne gehabt und das hat man erkannt und ich bin auch schon relativ früh in das Reanimationsteam gekommen. Das heißt, ich habe seit 2015 unterrichte ich Reanimation, also für die ganze Klinik. Das Rondo ist unser Mitarbeiterrestaurant. Unsere Küche ist exzellent. Jetzt habe ich da was von mir erzählt, jetzt würde ich gerne mal dich kennenlernen. Komm und bewirb dich bei uns!